So ein Gefängnis-Trakt. Ui, dann gehen wir mal weiter. Oh, Mensch. Muss ich das nicht aktivieren oder so? Muss ich den nicht aktivieren? Ach, der geht. Oh, jetzt geht der auch. Oh, ich erinnere mich. Lass mich mal immer wieder an- und ausmachen. Damit kaputt geht. Ja, manche Rätsel hier, die sind ganz schön gut. Die sind ganz schön gut verstanden. Ich kann ihn kaputt machen. Auch kaputt. Was ist das? Ja, okay. Wirklich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Tür? Ey, du kannst nicht durchschießen. Das ist die Kleine. Kommt hier jetzt einer nach der Tür? Oder nicht? Und halt nicht. Was ist das? 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 Oh, nö. Ach ja, der ist ja. So, wir haben jetzt hier vor allem das Problem. Aber ich weiß, wie ich das mache. Das muss ich eigentlich nur noch herausfinden. Nein, das ist das. Die Tür verbringen auch hier die Kanaden. So als kleiner... Schenta. Fuck. Ja, ihr seid der Scheu, dass ich hier nicht sehen werde. Kann ich damit wiederfahren? Ich will. Hier ist nix Da will ich rein Komme ich hier sonst noch irgendwo Hier war doch noch irgendwo was ich konnte Da rein will ich Hier ist irgendwas passiert Ah, Shield Happy Kyle, Happy Kyle So, da kann ich nur mit Kann ich hier irgendwas machen Ah, ja, genau Was hat sich das Nein, oh Ja, da sind jetzt Geschütze Ausgefahren kommen Wie kam man da rausgefahren? So Da gibt's noch Munition Weiter geht's Weiter geht's Und jetzt wieder zu euch Hirnis Naja, stimmt, hier kann ich auch noch was ändern Aber ich möchte erstmal rein kaputt machen Und dann kommen wir dazu gleich nochmal Jetzt muss ich dich nur erstmal gut machen Ja, die haben den Totenwinkel Ist aber ganz schön schwer, den hier rauszufinden Vor allem So Da ist noch einer Ja, sonst noch irgendwo Hier oder hinten So, damit hätten wir die alle Jetzt will ich mir aber neues Zeug holen Aber gibt's es Hier Mann, es ist nervig, dass man hier rutscht So 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 Jetzt ist da hinten noch was Aber da kommen wir erst dran Wenn wir Den nächsten Schalter aktivieren Komm Behalte ich Auf Nochmal auf Und runter So Wo sind jetzt die Neuen gespawnt? Du hättest geschossen, mein Freund, hä? So Und den nutzen wir hier in Rombo-Action So Und jetzt haben wir uns Auf der anderen Höhe Jetzt schießt ja noch einer Wer denn, du da? Geht kaputt, danke Ja, das war dann das Bezickste aller Teil Aber da kommt man auch Rutsch noch mehr So So Jetzt Wenn ich mich sehr recht erinnere, müsste da hinten das Teil jetzt nicht auf sein, okay Kannst du mich hier irgendwas aktivieren? Nope Wie geht Ach, das ist wegen dem Ja, so kann man So kann man mich auch verarschen Ach ja, das war die Stelle Der Typ hat halt so ein Geschütz Aufgestellt Oh, der Typ tritt vollkommen durch Moment Bist du fertig, hä? Bist auch noch ein Laser Stieß da noch Laser, noch ein Laser Steck ein Steck doch rein Ja Das macht Spaß So Kommt noch noch mehr Ich musste irgendwas machen Ich glaube, das war sogar mit dem hier Ne Ich hab schon irgendwas gemacht Gut Ach, eben die Waffen von den Typen aufsummeln Das ist jemand Scheint nicht so Ne Ja, das trifft mich hier noch Das ist super Kein Backbatter Ah, ich erinnere mich Gehst du an? So, jetzt ist irgendwas passiert Und jetzt Ja Dieser Laser Tut weh Kann ich mich da drunter Durch? Oh Gott, man hat dich gespeichert Scheiße Scheiße Oh nein Ja Ja Das ist toll Ich melde mich wieder Wenn ich das wieder alles gemacht habe Wir sehen uns dann Später Ich helde mich wieder Ich helde mich wieder Ich helde mich wieder Ich helde mich wieder